Thomas Feiersinger, zweiter Tag, Dösser Open, eine tolle 66er Runde, alles optimal gelaufen? Ja, heute hat alles gepasst. Im Gegensatz zu gestern, wo mein langes Spiel ein bisschen off war und mein Party überhaupt nicht funktioniert hat, war heute eigentlich alles da. Also mein langes Spiel war sehr gut, ich habe keine Fehler gemacht, habe die Bördes auf die paar fünf relativ einfach mit zwei Bats gespielt und habe dann auch zwei, drei Bats gelacht, also es war alles so wie es sein soll. Und jetzt habe ich mich so halbwegs ins Turnier zurück geschossen. Jetzt muss ich einfach den Platzrekord wiederholen von 2005, dann kann man das Turnier noch gewinnen. Das heißt morgen volle Attacke am Finaltag? Ja, sowieso. So spielen wie heute, vielleicht zwei, drei Bats mehr machen, dann ist alles möglich. Eine letzte Frage, Bayern oder Chelsea? Das ist schwierig. Ich bin froh, dass Bayern und Chelsea im Finale sind. Wer jetzt gewinnt, ist mir wurscht. Für mich war noch wichtig, dass Barcelona nicht ins Finale kommt. Alles Gute dann für morgen, Thomas. Danke.